Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Fressattacke hier mit Agario. Ja ich habe mich wieder mutig in die Hunde des Löwen stürzen und die ganzen Irren rumrasen. Und ich werde heute der Fressmeister ohnehin. So fangen wir mal an. Hier liegt genug Zeug auf der Wiese rum würde ich sagen. Keine Ahnung. Team Pepsi? Nein nein nix Team. Beschwinde Team Pupsi. Okay weiter weiter immer schön fressi fressi. Hier liegt genügend Stoff will keiner haben. Wunderbar immer rein in den Kopf. Wow ich habe schon einen guten Umfang angefressen. Es wird geteilt im Scheibenwischerformat kann man schneller fressen. So oh 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 oh. Ne ne du komm. Geh mal weg. Geh mal weg. Du sollst weggehen. Ich mag dich nicht. Was ist das denn hier? Senpai? Ham. Ja gute Vorspeise. Pepsi Hunter? Was ist denn da mit Pepsi los? Pepsi Pepsi. Toll. Kriege ich Prozent oder was? Leider nein. Ja weiter geht's. Fressi fressi. Penis Hunter? Ach das ist ein Penis ja nicht Pepsi Hunter. Ach was weiß ich? Wie die Typen mir alle heißen. Ist mir auch egal. Ich fresse alle auf. Komm her. Little Germany. Komm. Komm Schnappi. Nam 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 nam. Willst du nicht. Du bist so ein kleiner Furz. Da der Japaner. Imperial Japaner. Da würde mich schon besser schmecken. Aber der ist viel zu weit weg. Also fressen wir einfach weiter. Lustig weiter. Hier Finnland. Finnland könnte man auch schlucken. Oh da kommt der Vader. Der Vader ist mir zu groß. Der will mich fressen. Da muss ich mich teilen. Ich hatte kein Interesse mehr oder? Ja Glück gehabt. Sau. Doch doch doch. Da kommt der noch. Da kommt der noch. Wenn er sich jetzt teilt bin ich futsch. Oh je. Oh je. Ein Viertel konnte ich noch retten. Edo du Schwein. Ich fress dich noch. Verdammt. Nochmal neu. Ah an für sich. Doppel Wopper. Geht schneller fressen. Ja. Ja. Oh 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 oh. Jeder Fruchtsgröße wie ich. Der stinkt in der Wälder kommt schon wieder Finnland. Nein 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 nein. Nein du wirst. Haha wie dumm. Du warst viel zu dumm. Du wirst du treffen. Wow. Was ist das denn für einer. Kann ich gerade lesen. Für sie nehme ich. Ja. Ich kann dich nicht nehmen. Du bist zu groß. Zu fett. Du riesenfett klopst. Oh. Hier am Rand. Am Rand ist gefährlich. Kann ich nicht ausweichen. Na komm. Schnipp schnapp. Du wolltest den fressen. Jetzt fress ich dich. Hahaha. So gefällt mir schon besser. Aber. Jetzt finde ich der Gejagte. Ne. Ich weh dich überhaupt nicht. Hier Miami. Äh. Miam Miam vielmehr. Miami lese ich schon. Oh nein nein. Hau ab. Hahaha. Oh nein. Rettet mich. Rettet mich. Au. Shit. Die kleine Helmhorde. Jawohl. Werden sie umzingeln. Ne. Er ist immer noch am Penis handen. Na soll er mal. Dangerous. What. Die sind viel zu viele. Geht weg. Ich bin noch klein. Ham. Aus Versehen. Aufgefressen. Der Dicke da. Ne geh weg. Teile dich nicht. Teile dich nicht. Teile dich nicht. Ne. Teile dich nicht. Ne. Teile dich nicht. Die Ukraine liegt da rum. Ham. Aufgefressen. So sieht schon wieder besser aus. So sieht viel besser aus. Meine Freunde. So. Schnipp. Schnapp. Schnapp. Die gehen alle. Die jagen sich gegenseitig. Sehr gut. Ui. Okay. Mit dem bin ich alle ungefähr gleich groß. Da. Klein Norwegen kann ich auffressen. Komm. 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 Schnapp. Klein Norwegen ist weg. Groß Norwegen kriege ich nicht. Ukraine ist schon wieder da. Komm. Komm. Ham. Jam. 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 Sehr gut. Fällt mir. Hahaha. Haben wir schon ein bisschen. Oh da. Da ist wieder Pepsi. Den kümmern wir mal. Warte. Ne. 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 Ne ist zu gefährlich. Oh. Hilfe. 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 Haha. Nein. 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 Hier der Dicke hat kein Interesse an mir. Ich bin viel zu fett. Du willst dich nicht für mich teilen. Nein nein. ich bin nur ein kleiner hatten um den hohen zahl auszufüllen vielleicht erwartet in der unten den penner erkannt uns mal wir werden uns gleich verschmelzen dann fressen wir den ich könnte mich schon verschmelzen noch ein bisschen fressig 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 kommen näher kommen näher kommen mir dabei freund da was wolltest du was was wo du wolle komm her der ist zu groß da ist der weder in klein der weder den haben sie schon gefressen geschieht ihm recht die sau ja danke danke ich danke dir und den rappo rabo 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 mir ja ich fliege so viel namen rum ist der penis hunter dann könnte ich ja mal eine murmel wegnehmen wenn es hat eine murmelklausel hat er doch oder penis kann sich penis nennt so fressig 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 hat gefällt mir ganz gut habe ja schon ganz gute größe angenommen aber neo und mutan da ist das jam jam wo ist der platz drei ja er frisst mich zum frühstück das ist eine nummer zu groß wie sagen es zu gefährlich ich habe jetzt lange so eine größe erreicht wo sie ein kleiner schnapper lohnt den fuchs brauche ich nicht zu jagen da er kommt da nee du bist zu groß ja ja dreh ab geh weg so ja das gefällt mir schon ganz gut so und jetzt brauche ich aber langsamer sicher ordentliches frühstück die krümmel die reichen mir nicht mehr da du da na komm oder grünen wollen alle nicht die weg langsam ecke quetschen ecke quetschen ecke quetschen ecke quetschen krieg ich den krieg ich nicht der frisst jetzt immer weiter den krümel dann wird er so groß wie ich ich kann höchstens den weg abschneiden warte mal ich fresse ja auch dann wachse ich natürlich auch irgendwann kommt die wand die ecke und dann schnapp ich mir da ist er da ist er oh ich bin zu langsam schitte schitte teilen na du kannst dich nicht fressen dafür bist du klein kuckuck hahaha das ganz vergessen so jetzt wird hier gefuttert schnapp 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 da war der böse der war noch riesengroß ne da platz 3 ist er ja den mars könnten wird vertilgen der kommt freiwillig rammt mich einfach auch gut nee nee den wichtig oder frisches futter ich liebe grüne murmel komm da oben kommen noch viele kleine na ja 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 yummy so ist richtig meine freunde aber die auch noch zu mir wo ich bin schon platz 6 hat ging ja schnell so was schon mal meine ecke was mir nicht gefällt hier müsste noch irgendwie hier so so ein grüner platz dingsbums so ein bumper sein da kommt zu mir kommt zu mir kleiner schnapp man ist vorbei tut nicht weh laufen alle weg hmmm young forever ja das wär prima kannst du mir auch ne tüte von abgeben den würd ich direkt fressen young forever na komm ja gib es mir der mega nein du nicht du bist gar nicht so mega pass auf young der will dich fressen hier oh das war nicht nett hat er den gefressen jetzt ist er ein bisschen größer ich muss nicht aufpassen das war nicht gut young hat das da gemacht aber young hatte ich muss mehr fressen wie der oh danke oh der hat mich gefühlt er gab mir hat mir eingegeben ich soll den fressen der ist sauer auf den ich versuche zu fressen aber geht noch nicht ist er der ist noch zu groß warte ein bisschen hier da kommt führt er mich noch ein bisschen ein zwei kleine dinger ich bin auch nett zu dir ich freis dich nicht da oben den fuck off wer ist schon so heiß der muss gefressen wird doch hier unten der ne soll mal reddit auffressen blöde fratze jetzt bin ich nur noch siebter schnapp der hat mich einfach gerammt fuck off weder weder mein freund komm her dich fresse ich jetzt zack der war kurz vorm vereinen hätte er sich vereint dann hätte ich nicht mehr gekriegt so jetzt feuer 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 so das ist nämlich gut wenn er in der ecke geht dann könnte er da die ganzen murmel in die ecke spucken na du wurm du willst mit dem kleinen willst du haben du kannst hier mal mit dem großen oliv nehmen du sack so damit kann man schön locken ne komm komm hier ist futter will er nicht ach jetzt hab ich ausgesehen den ganz kleinen gefressen komm na willst du ihn klein haben willst du ihn klein schnapp ne ich will aber nicht ich will den kleinen nicht abgeben oh da oben kommt der fettklopse jetzt gebe ich den kleinen ab ist mir egal ich muss weg passe ich noch hier zwischen ja ich passe noch hier zwischen so hier bin ich safe an für sich welches arsch gesicht hat mich denn da gesprengt ich kann ihn nicht fassen oh nein jetzt mich tot geweiht Hilfe kann ich den einen noch fressen oje oje komm ich da irgendwie raus nein nein jam jam hat mich gefressen das war es na gut Leute war eine lustige runde ich graß noch ein bisschen hier rum aber schade hoffentlich klappt es beim nächsten mal mir hat es spaß gemacht ich kann das game euch nur empfehlen ist immer wieder funny in diesem sinne Haber ihre Tschüss Untertitelung des ZDF, 2020